Schauen Sie sich um. Die meisten Produkte, die Sie nutzen, wurden vorher in einer unserer 1001 Verpackungslösungen gelagert oder transportiert. Unsere nachhaltigen Verpackungslösungen unterstützen die Kreislaufwirtschaft weltweit. Ihr Tag beginnt. Sie erhalten eine Postkarte von Ihrer Tante aus Deutschland. Sie wurde in einem Postbehälter befördert, bevor sie bei Ihnen ankam. Ihre Frühstückscroissants wurden in einem Behälter auf einem Rollwagen transportiert. Die Farbe Ihrer Tageszeitung kommt aus einem UN-Eimer. Ihr morgendlicher Orangensaft wurde in einem aseptischen, faltbaren IBC transportiert. Sie fahren zur Arbeit. Die Komponenten Ihres neuen Autos wurden vor dem Zusammenbau in Mehrwegbehältern auf Paletten gelagert und transportiert. Die von Ihnen im Internet bestellte Ware wird in unseren Behältern gelagert, bewegt und in speziellen Behältern verpackt. Mittags. Das Obst und Gemüse in Ihren Salaten wird in Mehrweg-Kunststoffbehältern gelagert und transportiert, die Pooling-Unternehmen an Landwirtschafts- und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe vermieten. Wenn sie leer sind, werden die Behälter in einem Waschdepot gereinigt und können danach wieder zu Erntezwecken eingesetzt werden. Abends wieder zu Hause. Das kalte Bier aus Ihrem Kühlschrank wurde in einem Flaschenkasten transportiert. Erinnern Sie sich an das schöne Kissen, das Sie über das Internet bestellt haben? Es wurde in einer unserer Behälter zu Ihnen transportiert. Alle Verpackungslösungen wurden von einem einzigen Unternehmen entwickelt und hergestellt. Schöller Alibert. Seit 1959 entwickeln und produzieren wir zukunftsgerichtete Verpackungslösungen in Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen aus den Bereichen Automotive, Fertigungsindustrie, Getränkeindustrie, Handel, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Pooldienstleistung – stets bestrebt, die Marktposition unserer Kunden zu stärken. Mit zwölf Produktionsstätten in Europa und Niederlassungen in den USA und China folgen wir unseren Kunden, wo immer sie gerade sind und wohin sie auch gehen werden. Als europäischer Marktführer für Produktion, Lagerung und Logistik bieten wir unseren Kunden innovative, wiederverwendbare und nachhaltige Lösungen. Aus recyceltem Material können wir einen komplett neuen, für Lebensmittel geeigneten Behälter produzieren. Der einmalige von der EFSA genehmigte Recyclingprozess macht es möglich. Das zeigt, wie wir die 360-Grad-Kreislaufwirtschaft fördern. Neben der Optimierung der Supply Chain und der Reduzierung der Kosten steigern unsere Produkte die Effizienz und Profitabilität ihres Geschäfts. Deshalb wählen Logistikmanager rund um den Globus Schöller, Alibert als ihren Partner. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.